Mein Name ist Céline Meyer, ich bin Koch im zweiten Lehrjahr und lehre das im Césident Salac in Biel. Ich lerne Koch, weil die täglichen Herausforderungen auf kreative Art gemeistert werden können und weil ich so mein Hobby zum Beruf machen konnte. Mein Traumberuf war immer ein Gastronomie-Beruf. Von Hotelkommunikationsfachfrau bis zu Koch war alles dabei. Am liebsten habe ich die Küche von Italien und Asien, weil mir die Gewürze und die Aromen sehr entsprechen. Mein Leben zeichnet sich dadurch aus, dass man alle Teile der Gastronomie abdeckt, bis auf die Systemgastronomie. Das heisst, wir haben Abendanlässe und Bankette und auch Seminare. So habe ich auch abwechslungsreiche Arbeitszeiten und kann mich so schon für meine Zukunft vorbereiten in Restaurants und werde nicht in das kalte Wasser geschossen. Am liebsten komme ich zu französischem Rap, weil es einen sehr motivierenden Musikstil zu finden. Und dazu kann man auch sehr gut mitsingen. In meiner Freizeit mache ich neben dem Kochen Sport im Turmverein Meinesberg und Musik in der Musikgesellschaft Meinesberg. Wenn die Zelle in der Gusto gewinnt, werden wir sie mit einer Party überraschen und das gebührend feiern.